Wir sitzen hier zitternd und wibbernd und fürchten uns noch immer vor dem Kontakt mit dem Schwengeltypen. Juni spielt. Ich sehe Munizio. Oh, grün leuchtet. Ist immer ne Supernummer. Und jetzt kämpfen wir uns weiter dieses komische Gebäude hinauf. An den Pfeil springet und drüben... Ja! Ach so, wenn sie geflogen ist. Aber da muss ich noch ran, oder? Ja, ich bin gut. Aber du musst ein Stückchen weiter mehr anlaufen. Mehr anlaufen? Versuch mal so, jetzt. Jawoll! So. Ach so, hier geht ja von sich aus. Ja. Ja, das ist zwar klar. Rechts? Ja. Ops. Auf, auf, auf. Und hoch. Hoch, 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 hoch. Und da oben ist ne Wand. Ja. Er zielt. Nee. We muss ran springen. Nee, 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 oh Gott, oh Gott. Das ist ne Perspektive. Ich kann nix daran ändern. Vorsicht. Oh Gott. Here we go! Was soll das werden? Wo steht er drüber? Ich hab keinen Plan. Ja, versuch. Ich häng schon, ich häng schon! Höher! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Springen! Halt! Höher! Du bist gleich da! Toll! Ich freu mich! Los, 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 los! Was ist das? Sie geht hoch, aber ich muss sie springen. Oh, große Königin! Oh, blöder Matthias! Können wir die dich von hier mal abtöten? Nehmt euch dieser menschlichen Hütte an! Drömt hinein und werdet wiedergeboren! Von hier so in den Kopf! Drömt hinein und erwachen! Nein! Liebe, bitte! Oh Gott, das ist ja schon fast zu spät! Was muss ich jetzt machen? Ne, das macht sie nicht! Der Wind! Los! Ich kann nicht! Jetzt! Oh, was ist das denn? Entschuldigung, aber sie geht nicht schneller! Der Wind! Oh Gott! Entschuldigung! Wo kommt ihr denn her? Oh Gott! Ich dachte, ich habe keine Zeit und müsste schnell zu gehen! Nein, sie streiten eine Weile! Da oben sind Fässer! Warte jetzt! Da oben sind Fässer! Aber ich dachte, die kommen erst, wenn du... Aber die kommen doch von hier unten, oder? Sind die nicht hier unten? Ich weiß nicht, von wo die kommen! Bleib mal hier! Keine Entdeckung! Witzig, witzig! Oh Gott! Oh, Treppen! Ah! Nochmal! Nochmal! Das hat es noch nicht! Um, um! Fässer! 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 Sehr gut! Ah! Rechts! 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 Einfach draufhalten! Sehr gut! Sehr gut! Vorsicht, Feuer! Heiß! Ist mir gut! Ist mir gut! Verkukelt! Weiter! Weiter! Oh Gott! Oh Gott! Ich kann, oder? Ja! Muss ich gehen? Muss ich hoch? Ne! Muss ich mal weiter zu gehen? Uh! Oh! Sam! Halt euch! Ah! Hallo! Kann mal bitte was passieren hier? Ah! Kann mal bitte was passieren hier? Ah! 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 Oh Gott! Was muss ich machen? Jetzt musst du da hoch! Ja, jetzt! Tommelt sie erst mal! Sam hat aber auch ein Organ, du! Kannst du wieder drücken abschießen, der Stehen? Ist das doch Matthias allein? Krieg ich nicht! Nee! Der wird es zu stark! Scheiß nicht! Danke, ich wollte gerade fragen! Da kommen wir wieder dort hier! Eeeh! Nature! Hilf mir! Scheiße! Ja! Passt! Ja! In den Arsch! Ah! Wacht! Das hab ich gleich mit der Kuh gedrückt! Kurz mal! Nein! Äh! Komm ich mal! Kann der mal brennen? Schulzbass Ritual! Nächstes! Weiter geht's! Wuh! Heiß Feuer brennt! Aua! Ah! Ah! Scheiße, scheiße, scheiße! Deckung! Wo ist denn hier mal Deckung? Gar nicht, okay? Ist da ihre Deckung gewesen? Ja, aber da ist sie nicht dahinter, weil da ne Leiche vorliegt! Bblem Tante! Wie olem ist er jetzt? Boah,危険! War das Schreck! Oh muss ich schon! Nee, nee, reh raze nicht! Ihh... Und jetzt kommt die Szene! Achaggot da bin ich fast! Dahof jetzt hab ich angepasst! Jaaaa! Darauf hätte ich Angst. Oh! Oh! Alter! Oh man! Hallo? Ob du es hinbekommst? Hatte ich den Wind weggegeben? Ja, eben nicht. Jetzt lauf! Lauf dahinter! Nein, das brennt nicht! Wieso bleibst du nicht in Denkung? Nein! Feuer! 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 Da ist er, da ist er, da ist er! Der Penner! Da ist auch wieder ein Würfels! Mann! Nochmal! Jawoll! Die kommen ja erst noch! Die hat es ja noch nicht, oder? Nee! Nee! Nee, da ist er noch! Ist das jetzt? Immer noch nicht, oder was? Alter, was sind wir da immer noch oben? Oh gut! Das war da neben mir! Ja! Ach so! Scheiße! Äh... Ich halte Pfeile dann! Ich halte die Glocke! Ich halte die Glocke! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man ist das ernst! Jetzt wo ich in Kopfschussposition war! Oh man! Ich halte die Glocke! Hübsch! Einer fehlt noch! Los! Ein Schuss ist egal wohin! Oh! Zu spät! Mann! Halt doch mal still! Fotze! Sie ist weiter vorrücken! Weiter vorrücken! Ja! Sie hängt! Und sie läuft! Sehr lang! So! Ah ja! Äh! 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 Alter! Ja! Kannst du mal wechseln? Mann! Mann! Ey! Hast du die gesehen? Ohne Scheiß jetzt! Die kamen jetzt erst! Ja ja! Die kamen jetzt erst! Woher denn? Das ist ein Scherz! Ja! Das ist jetzt schon! Das ist jetzt schon! Das ist jetzt schon! Okay! Jetzt kommen wir gleich! Warte! Achtung! Oh! Das ging auch schnell! Ja, wir haben eine Durchschlagskraft! Haben wir jetzt! Ja! Ja! Munition! Vorsicht! Drück mal E! Habe ich doch schon! Äh! Äh! Achso! Ich muss wieder weiter wahrscheinlich! Weiter brauchen! So langsam! Ich seh! Nein! Ja! Oh Gott! Muss ich da? Ja! Muss ich wahrscheinlich so! Wahrscheinlich passiert jetzt gleich wieder was ja! Ja! Jetzt kommen wir dann sequels! Oh Gott! Oh Gott! Versailles! Nein! Tut mir nicht! Oh! 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 Da kommt aber noch einer! Da gibt noch einer! Da gibt noch einer! Da gibt noch einer! Da gibt noch einer! Ja, jetzt nicht mehr! Ich würd mal sagen, ihr müsst hier bei dem Hügelchen irgendwie! Oder... Ich weiß nicht! Äh... Nee! Hier komm ich nicht vor! Hier komm ich auch nicht vor! Nee! Ich dachte... Ja! Gute Dank! Äh... Da drüben ist eine Wand zum Klettern! Oder? Ja! Aber ich hab ja nichts zum Wandziehen! Wie soll das hier weitergehen? Ja! Drück mal Kuh! Drück mal Kuh! Drück mal Kuh! Ich drücke! Ja toll! Guck mal rechts weiter! Guck mal rechts weiter! Nee! Es musste ja wenn dann das andere Dingsbums mitzeigen! Nee! Wo soll ich denn das hier rankommen? Aber du schaffst es ja nicht darüber zu springen! Hä? 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 Hast du genauso überfragt mich? Ja, nee! Hä? 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 Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Ob ich da rummachen? Nee! Versuch's mal einfach mit dem Sprung jetzt! Aber von hier unten aus muss ich das versuchen! Echt? Von da oben? Aber hier da auf den Pümpeln, ne? Auf den Pümpeln! Ja, ja! Ich fühle mich einfach mal mal wieder alles auf! Ja, ja! Eeeeeeeee! O Gott! Ah! Ja! Sehr gut! Sehr gut! Entschuldige! Ja! Jetzt da rum! Und E! Eeee! Oh! Eeeeeee! Oioioioioioioioioioioioioioioi! Alter Patti! Du kriegst nicht wirklich das zu.... Hat aber auch keiner, dass ich so weit springen kann, va? Es passiert gleich nicht irgendwas, du musst da, glaube ich. Hey, hallo? Ah ja, was für richtig? Oh mein Gott, kann bitte irgendwas passieren? Was, ich mich nicht stört habe? Der Schrecktipp wieder! Scheiße! Ja, so sehe ich auch gerade aus. Kann bitte irgendwas passieren? Ja, das geht nicht. Das ist ja super. Nein. Oh Scheiße! Was, 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 was? Seinen Rücken oder so? Hey, ich habe, ich habe, was? Seinen Rücken ungeschützt. Seinen Rücken? Ich habe keine Ahnung, wie sein Rücken aussieht. Seinen Rücken ist ungeschützt. Was mache ich denn mit dem Rücken? Vier? Weiß ich nicht. Irgendwas, aber nicht treffen lassen. Drehen, 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 drehen! Ja, sein Rücken ist die Schwachstelle. Ah! Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Zu hektisch. Jetzt umdrehen, schießen, schießen, schießen! Schießen! Sorry, dass ich dich so anbringe. Ja, danke. Das ist nicht besser gemacht! Ich muss ihn aber reizen. Ich muss sie auf mich zukommen, das ist wie bei... Oh nein nein! Oh nein! F, 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 Fl aper, F! F wärs gewesen oder? Scheiße. Muss drauf zu. Muss drauf zu. Das ist wieder mit ähm.. Ja, ich bin der. Sie laufen nicht! Was ist denn jetzt? Du musst, während es angezeigt wird, auf ihn zu. Ja ich bin doch sp afraid. Das wird ja grad nicht angezeigt. Ja, aber ich, was würde ich noch machen, außer irgendwie der tausend hat. Nein, du musst dann die Tastenkombination drücken. Ja, dann, aber... Ich dachte, ich kann sie jetzt wieder aufrufen, aber ich vergesse. Ja, F, 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 F. Nein, du musst warten, bis es im Kreis ist. Ach so, das ist wieder das. Ja, das, was ich jetzt tun müsste, jetzt F. F, F, F. Hallo? F? F? Warst du schon? Nein, das war der erste Schlag. Von wie vielen? Du hast keine Munition mehr. Feuer. Ja, sorry, ich muss gerade nachladen. Ach so, Wachenwechsel. Da sind noch andere. Ja, schön. Jetzt mal eine nützliche Info. Scheiße. Helfen die mir, oder was machen die denn hier? Ich habe keine Ahnung. Gut. Denk dir auf mich. Warten! Ey, was ist das denn jetzt? Wie soll ich ihn noch treffen? Ähm... Was ist das denn? Das ist die falsche... Drei... Weg, weg, weg! Weg, weg! Weg, weg, weg! Mann, steh doch mal auf! Mann! Wie ist denn ausweichen so hier? Äh, wie soll ich denn das auch hier? Äh, was du? Oh, das ist etwas mit mir, 12 Millionen. Nein! Da muss man noch mal fragen. Wofür? Wofür? Nein. Nein, sorry. Das ist wieder mal. Oh Gott! Ich weiß auch nicht, wo ich... Der schwingt ja zu beiden Seiten. Du hättest es aber eigentlich sowieso jetzt. Ja, dann versuch du. Oh Gott! Versuch du dir an dem Typen folgen die drei anderen da noch was... Danke ohne Munition! Nee, nee, die andere warfahre hat auch noch Muni. Die Handfeuerwaffe hat Muni und die andere hat Muni. Super! Ich freue mich! Die Schotze. Oh Gott! Bis jetzt in der nächsten Folge. Bis jetzt in der nächsten Folge.